Hey Leute und herzlich kommen zu dieser kleinen Info-Folge zum Thema Minecraft Prison. Es gibt eine schlechte Nachricht, denn deswegen kommt das Video auch auf Minkings und meinem Kanal. Ihr habt jetzt erwartet, heute kommt eine neue Folge von Minecraft Prison. Da muss ich euch leider enttäuschen, wir sitzen gerade zusammen, Minkings und ich. Wir wollten heute eigentlich aufnehmen, ich arbeite seit einer anderthalben Stunde daran. Wir wollten auf den Server-Joint, Minkings ist draufgekommen. Und ich halt nicht, bei mir kam immer ein Verbindungsfehler. Und das hat was damit zu tun, dass ich meinen Minecraft-Account von Mojang auf Microsoft geändert habe. Aber irgendwas mit meinem Microsoft-Account rumspinnt. Ich habe jetzt ewig dazu gegoogelt versucht, das umzustellen. Habe es nicht geschafft, dass ich auf meinen Server draufkomme, weswegen ich jetzt den Microsoft-Minecraft-Support angeschrieben habe. Und wir müssen jetzt halt warten, bis die uns geantwortet haben. Das heißt, ich würde sagen, es kommt dann dafür morgen ein Video, wo Minkings und ich noch was anderes zocken. Das nehmen wir da gleich auf. Und ja, also deswegen, es tut mir leid, Leute. Ich habe es jetzt nicht geschafft, das zu fixen. Wir haben uns zusammengesetzt, und zwar halb sieben. Jetzt ist es gleich um acht. Ich habe die ganze Zeit versucht, das zu fixen, habe es nicht hinbekommen. Es tut uns leid. Aber keine Sorge, das Projekt wird jetzt nicht dadurch beendet oder so, sondern es wird nur pausiert kurz. So lange, bis ich wieder Zugriff auf Minecraft habe. Ich werde jetzt versuchen, das jeden Tag zu machen. Aber naja. Ich hoffe einfach, dass sich der Support schnell meldet und dass das dann gut funktioniert. So, Minkings, willst du noch was Kurzes für die Zuschauer sagen? Also eigentlich habe ich gar nichts gesagt, diese Folge. Ich habe hier nur ein bisschen rumgespastet, kurz das Zuckerrohr abgebaut. Mehr habe ich nicht gemacht, von daher, ja, also von mir aus gibt es nicht mehr zu sagen. Es ist schade, Leute, aber naja, halt kurze Pause, wie gesagt. Und wir hoffen alle, dass das Support-Team schnell zurückschreiben und dass wir wieder Minecraft spielen können. Ich will Minecraft spielen. Ja. Naja. Dann würde ich sagen, Leute, trotzdem bleibt am Ball. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, Leute, hau da rein. Ciao, ciao. Tschüssi. 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 Sch Citizen.